Hallo, mein Name ist Dr. Simon Brebeck. Ich führe die Zahnarztpraxis in der sechsten Generation und wir geben uns jeden Tag die größte Mühe, unsere Patienten zufrieden zu stellen. Durch unsere jahrzehntelange familiäre Berufserfahrung können wir unsere Patienten in unserer modernen ausgestatteten Praxis auf dem aktuellen Stand der Zahnmedizin behandeln. Das alles zum Wohl unserer Patienten. Zu meinem Beruf hat mich mein Vater motiviert. Ich bin jetzt Zahnarzt in sechster Generation und für mich gab es eigentlich nie wirklich einen anderen Berufswunsch. War schon immer mein Traumberuf. Ich kämpfe mit meinem Team jeden Tag darum, ein Stückchen besser zu werden, damit selbst schwierige Situationen für uns zur Routine werden. Ich bin die Laura Hemminger. Ich bin Praxismanagerin bei uns hier in der Praxis. Ich bin seit über 15 Jahren zahnmedizinische Vorangestellte mit Leib und Seele. Im Laufe meines Berufslebens habe ich mich erst zur zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und später zur Praxismanagerin fort und weiter gebildet. Wir bieten von der kleinsten Füllung bis zur Zahnreinigung und Implantat das komplette Spektrum der Zahnmedizin an. Nur die Zahnspannung, die überlassen wir dem Kieferorthopäden. Hier in der Praxis schätze ich das familiäre Arbeitsumfeld, die fachliche und die menschliche Wertschätzung. Was ich besonders finde ist, dass wenn man zu uns in die Praxis kommt, man schnell merkt, dass wir ein Team sind. Patienten können bei uns erwarten, dass sie als Patient bei uns im Mittelpunkt stehen. Meine Patienten können ein dynamisches, freundliches Team erwarten und eine Behandlung auf dem aktuellen Stand der Zahnmedizin. Untertitelung des Zahnmedia Undersmith. Untertitelung des Zahnmediaит